Ja meine Freunde, wir schlagen den FC Kufstein mit 9 zu 0 und erstmal erfreulich war, dass man das Spiel überhaupt dem FCA TV verfolgen konnte. Es gab nämlich vorher einen heftigen Sturm, wo auch das Equipment von unseren Kollegen vom FCA TV scheinbar beschädigt wurde. Wie auch immer, es hat am Ende funktioniert und wir konnten das sehen erstmal hier für ein Lob. Das war natürlich sehr erfreulich für uns alle. Zum Spiel selber, es wird so mehr ein Erkenntnisvideo, was habe ich so ein bisschen gesehen, weil die zweite Halbzeit war dann, vor allem die zweite Halbzeit waren dann die Jungs von Kufstein richtig platt. Man sieht es gerade bei Amateurclubs, dass die in der zweiten Halbzeit oft öfters so auseinanderbrechen. Das war ja bei Türkspor auch ähnlich, da war es dann ein bisschen schwieriger, wirklich ernsthafte Analyse und Erkenntnisse zu ziehen. Aber in der ersten Halbzeit, da haben sie noch gut gegen gehalten, wie ich finde. Da kann man schon ein paar Schlüsse ziehen und wir haben auch ein paar Fehler zugelassen. Es gab ja auch eine Großchance für den FC Kufstein, da wollen wir auf jeden Fall darauf eingehen, wer da die Fehler gemacht hat. Erstmal das allerwichtigste, Gummi befindet sich wieder im individuellen Training, also er hat sich nicht so schwer verletzt. Schon auch wichtig, dass wir auf der RV-Position zumindest ihn auch fit haben. Also er ist wieder im Trainingslager und trainiert scheinbar auch schon individuell. Und Mbuku ist ja auf die Schulter gefallen, das war auch eine sehr, sehr heftige Szene, wo ich dann Angst hatte, dass er sich irgendwas wieder an der Schulter getan hat und länger ausfällt. Aber er ist dann wieder auf den Platz gekommen, ein bisschen mit der hängenden Schulter. Da hoffe ich natürlich, dass es nichts Schlimmeres war. Fynn Dahmen war in der zweiten Halbzeit auch Co-Kommentator und hat dann auch gesagt, das Wichtigste ist, dass es keine Verletzte gab. Und scheinbar ist es beim Mbuku nicht so schlimm. Also ich hoffe es zumindest, er hat ja dann auch noch gespielt. Genau, dann zum Spiel selber. Was ist mir aufgefallen? Die Tore hat gemacht Freddy Winter nach einem Freistoß von Ruben Vargas. Philipp Tietz staubt sich da richtig hoch, köpft an den Pfosten, abprall, er kommt zu Sven Michel, der spielt den Ball nochmal rein. Winter staubt ab. Philipp Tietz war in der Luft nach Ecken sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark und beim Philipp ist mir auch aufgefallen, wie er spielen soll und wie er spielt. Er versucht sehr viel mit einem Kontakt zu lösen. Also versucht den Ball höchstens zwei Kontakte annehmen, abspielen oder direkt abspielen. Das hat man dann auch bei einer Großchance gesehen, der 18. Minute. Da spielt er den Ball, also kommt kurz, spielt direkt mit der Hacke weiter auf Vargas auf dem Flügel. Der flankt dann rein, hat ein bisschen Platz. Michel war in der Mitte und konnte die Chance nicht verwerten. Aber das war ein gutes Beispiel, wie Philipp Tietz seine Position interpretiert und das soll er scheinbar auch so machen, auch öfters kurz kommen und mit einem Kontakt weiterleiten. Sven Michel hat einen ähnlichen Skillset, der war aber auch wieder sehr untriebig, muss ich sagen. Das ganze Spiel, das 2-0 leitet er selber ein, kommt auch wieder ins Mittelfeld, lässt sich fallen, spielt den Ball dann klasse, auf dem Flügel raus, in den Lauf von Emboku. Der hat das Tempo und den Skillset, dann sich im 1 gegen 1 auch noch durchzusetzen, bricht durch in den 16er, spielt den dann beim Flach zu Tietz. Der nimmt den Ball wieder an, spielt dann gleich wieder weiter mit zwei Kontakten zu Sven Michel, der aus dem Mittelfeld in die Box gekommen ist und macht dann sein erstes Tor sozusagen für uns in einem Spiel. Und ja, trocken ins lange Eck, sehr stark von Sven Michel, selber eingeleitet, selbst abgeschlossen, super. Und das dritte Tor war dann mega, aus dem Mittelfeld kriegt er irgendwie den Ball, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wie, schaltet schnell im Kopf um, war zum ersten Mal hier auch auf der 6, hat mir besser gefallen. Spielt den Ball dann direkt super in den Lauf von Ruhm Vagas, der läuft aufs Tor zu, schaut nochmal in die Mitte, kann ich querspielen? Nein, ich schließe selber ab, macht's eiskalt, 3-0. Genau, Szenen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind, wie kam es zu den Großchancen, beziehungsweise Großchancen in Anführungszeichen, zu den Chancen von Kufstein? Ja, 16. Minute, Rex, Rex Bitschei mit einem Dribbling da im Mittelfeld, verliert da ein bisschen unnötig den Ball, geht ins Dribbling, ja, und dann schaltet Kufstein ganz ordentlich um. Jolina hätte das Ding nochmal löschen können, geht in den Zweikampf, verliert diesen aber dann auch, kann man besser lösen, dann gibt's diesen Konter, bricht Kufstein auf links durch. Flanke wird abgefällt vom Maxi Bauer und geht dann an die Latte, da hat man ein bisschen Schwein, ganz wichtig auch, dass wir das hier erwähnen, genau solche Ballverluste. Die werden in der Bundesliga sehr gefährlich sein, da hat Rex jetzt einen wieder mit drin gehabt. Vorsichtig sein, wenn das schon gegen einen Regionalligisten aus Österreich, also dass dort die dritte Liga so heiß wird, dann wird das erst recht in der Bundesliga gefährlich. Da wirklich vorsichtig sein vor so plumpen Ballverlust im Mittelfeld, dann war die Konterabsicherung eigentlich gar nicht so schlecht, aber Jolina verliert dann halt auch noch den Zweikampf und dann geht's natürlich auch dort rund. Und es gab dann noch eine Flanke, die dann von Kufstein, die nicht genutzt wurde, da hat auch Jolina einen unnötigen Ballverlust gehabt auf der rechten Verteidigerposition, versuchte anzutribbeln, also rechts am Spieler vorbeizuziehen, ins Eins gegen Eins zu gehen, verliert den Zweikampf und schon wird's brandgefährlich. Und ich meine, so Sachen wirklich vorsichtig, also hier an diesem Spiel waren's, Jolina war zweimal ein bisschen mitbeteiligt, Rex einmal wurde im Ball da im Mittelfeld halt unnötig verliert, das muss bei ihm unbedingt weniger werden, auch in der Bundesliga-Saison, diese Ballverluste. Genau, sonst hat man sie komplett im Griff, zweite Halbzeit hat man dann komplett die Defensive auch im Griff. Zu Michel, der hat mir echt gut gefallen, hat auch mal eine Flanke links geschlagen, von der linken Seite auf den langen Pfosten, wo dann der Ball vom Kufsteiner Spieler ein bisschen schlecht geklärt wird, Vargas nimmt den Ball Volley, leider kein Tor, aber sonst war Michel sehr untriebig und Tietz viel mit einem Kontakt gespielt unter Luft, also bei Ecken eine richtige Macht. Also da haben wir auf jeden Fall richtig an Qualität gewonnen bei so Standards, das sieht man definitiv, dass wir nach Standards stärker werden. Ganz schwierig hier auf jeden Fall zu bewerten, wie gesagt, die erste Halbzeit kann man noch einigermaßen, finde ich, solide, zumindest auf ein paar Szenen eingehen, weil da Kufstein noch die Kraft hatte, Energie gegenzuhalten. So ist es ja auch bei so Teams, die ein bisschen Unterklassiker spielen, dass irgendwann die Luft halt weniger wird. Mbuku und Vargas haben mir sehr gut gefallen, die waren einfach technisch eine Hausnummer zu hoch, sind immer wieder auf den Außen durchgebrochen. Mbuku und Vargas hätten auch noch ein, zwei Tore machen können. Genau, hinten hatten wir alles im Griff, auffällig war wieder 4-2-4 oder 4-4-2, eigentlich eher ein 4-4-2, haben wir gespielt. Das könnte tatsächlich unser A-System werden, das kennen wir ja auch schon aus der vergangenen Saison. Stand jetzt riecht es nicht so wirklich nach Dreierkette gehabt, wenn man bedenkt, dass Udo Kai uns wohl verlassen wird und Goube ja auch noch unsicher ist, wie da die Zukunft ausschaut. Aktuell spielt immer Winter in der ersten Elf auf der linken Innenverteidigerposition, weil er halt Linksfuß ist und Udo Kai wird wahrscheinlich relativ sicher wechseln. Ich weiß nicht, also in meinen Augen müssen wir wirklich, falls Jeff halt noch geht, überlegen, ob wir noch einen IV holen. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man einen IV holt, dass man einen Linksfuß holt. Wobei Patrick Pfeiffer ja auch relativ weitfüßig ist, der könnte auch Linker Innenverteidiger spielen. Stand heute habe ich ihn aber immer auf der rechten IV gesehen und daneben war dann ein Winter. Ich weiß nicht, wie wir da planen. Ich würde mich freuen, wenn wir dann die Viererkette dann doch am Ende hier so spielen. Nun muss man jetzt wirklich genau gucken, wenn Udo Kai geht. Der war nun mal als Linksfuß auf der linken Innenverteidigerposition gesetzt. Stand jetzt haben wir da Winter und einen Pfeiffer, der relativ weitfüßig ist. So einfach noch als Anmerkung. Das ist auf jeden Fall eine Auffälligkeit. Dieses System wird es wohl werden. Da spielen wir durchgehend gegen PSW. Eindhoven jetzt am Wochenende. Das ist natürlich unser richtiger Härtetest dann. Dazu später mehr. Wird man dann da noch deutlich mehr sehen. Vega auf der 6-8 hat mir gut gefallen. Aber Leute, es ist schwierig, das jetzt so zu bewerten gegen einen Gegner, der einfach auch von der Qualität Ballerliebe auf einem ganz anderen Level ist. Lubek hat auch gespielt. Das ist auch noch erfreulich zu erwähnen. Zweite Halbzeit, wie gesagt, gab es dann diesen Komplettwechsel. Da haben wir sie dann auseinander geschossen. Also das muss man so wieder sagen. Cardona tatsächlich mit einem Hattrick. Malone mit zwei Toren. Direkt aus der Halbzeit raus. Beide Tore tut mehr oder weniger Meier da vorlegen. Malone steht einmal richtig beim 4-0. Staubt da nur noch ab. Um am 5-0 sieht Meier ihn auf links außen. Malone wieder auf dem linken Flügel hier unterwegs. Schiebt rüber. Malone dann trocken ins lange Eck. 5-0. Matt Kümel macht das 6-0 nach Flanke von ebenfalls Malone. Also der hat wieder drei Scorer dann gleich gehabt aus der Halbzeit raus. Matt Kümel auch mit seinem, meine ich, ersten Tor für unsere A-Mannschaft. Auch hier herzlichen Glückwunsch an den jungen Burschen. Das hat ihn sicherlich sehr gefreut. 6-0. Dann ging die Cardona-Show dann so richtig los. 7-0 macht Cardona nach einem Zuckerpass wieder von Arne Meier. Und ja, dann gab es auch das Zwei-Ecken-Festival. Also dieser Cardona nach Ecken, eine richtige Waffe. Diese Ecken auf den Kurzforsten funktionieren. Beim 8-0 spielt Meier kurz auf Dorsch. Dorsch zurück zu Meier. Der flankt dann an den Kurzforsten. Cardona schraubt sich enorm hoch. Wuchtet das Ding mit dem Kopf rein. 8-0. Und das 9-0 war dann sein Headtrick. Flanke von Arne Meier. Also Ecke. Und wieder am kurzen Forsten Cardona, der freisteht und wieder einköpft. Also gerade bei den Ecken haben wir richtig zugelegt. Finn Dahmen meinte, das hat man nicht mal wirklich trainiert im Trainingslager. Aber so am kurzen Forsten der Cardona schon eine richtige Waffe. Das muss man echt sagen. Bei ihm auch auffällig. Er wird tatsächlich eher als Flügelspieler im 4-4-2 geplant. Es kann gut sein, dass das unser Hauptsystem wird. Hauptsystem. Also, dass man Cardona so ein bisschen auf rechts hat. Mit einem Vargas. Links hat man einen Maurice Malone. Und einen Mbuku. Demirovic kann notfalls auf dem Flügelspiel. Aber er kennt hier meine klare Meinung. Demirovic gehört möglichst nah vor den gegnerischen Sektionen. 16er und nicht auf dem Flügel. Sprich, Demi ist mehr im Doppelsturm mit Michel und Tietz, die da bis um die Position fighten werden. Das ist natürlich alles extrem spannend, wer sich da am Ende durchsetzt. Und wenn das so dann ist, ist es natürlich spannend. Berischer, wie gesagt, müssen wir aktuell nicht drüber reden. Alles unklar, seine Zukunft. Arne Maier wird Stand jetzt viel als Stürmer eingesetzt, der das dann natürlich ein bisschen kreativer interpretiert. Vielleicht wird das auch seine zukünftige Position. Arne Maier ist körperlich nicht schlecht. Macht es jetzt in Testspielen immer ordentlich. Aber Fakt ist, gerade in der zweiten Halbzeit, wo der Gegner ein bisschen platt war, auch gegen Türkspo hat er dann die Gegner komplett auseinandergenommen. Ähnlich jetzt gegen FC Kufstein. Da hat er auch irgendwie an allen Toren und irgendwie seine Aktien mit dabei. Er muss es halt dann gegen große Gegner auch zeigen. Gegen Besiktasch war er dann ein bisschen blass in der Doppelspitze. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir gegen PSV spielen. Dorsch und Engels waren auf der 6. War in Ordnung. Uruk-Ai, Pfeiffer, Stunic und Iago in der Abwehr. Genau, Lubek durfte durchspielen. Bei Uruk-Ai war noch interessant. Er war Kapitän der zweiten Halbzeit, obwohl Dorsch auf dem Platz steht. Klares Signal. Würde Felix Uruk-Ai bei uns bleiben, was momentan enorm unwahrscheinlich ist. Ihr habt das Interesse schon gehört. Aus Neapel gibt es scheinbar auch schon Verhandlungen. Auch Transfermarkt.de hat das jetzt bestätigt. Mal gucken, was dabei rausgeht. Aber würde Uruk-Ai bleiben, wäre er klarer Vizekapitän. Das ist so. Aber wir gehen mal davon aus, dass er nicht bleibt. Uwe wird nicht mehr Kapitän sein nächstes Jahr. Sprich, es wird einen neuen Kapitän geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Dorschi oder Demi wird. Also Rex ist auch im Rennen, weil er in der ersten Halbzeit Kapitän war. Da kristallisiert sich da zumindest schon mal ein bisschen was raus. Aber mein Gefühl ist irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht so viel diskutieren. Wie gesagt, ich glaube, dass es aber Niklas Dorsch werden könnte. Um den Ganzen, was ich so gesehen habe. Wie gesagt, zweite Halbzeit kann man jetzt aber spielerisch nicht so viel in die Analyse gehen. Weil es einfach für mich war, dass mehr ein Erkenntnisvideo, welches System spielen wir? 4-4-2, Kado, na klar, auf dem Flügel, Melon auch eher auf dem Flügel, nicht im Sturm. Kann auch sein, dass Maurice Melon dann doch im Kader bleibt. So ist, weil da auf der Position würde er dann ja auch mit den Flügelspielern in den Konkurrenzkampf gehen. Spannend, spannend. Also wirklich spannend alles. Aber ja, die zweite Halbzeit, wie gesagt, war der FC Kufstein einfach platt. Und da hat man dann den Klassenunterschied komplett gesehen. Das war dann mehr so wie ein Testspiel-Kick. Ich hoffe trotzdem, dass es euch so einfach gefallen hat, die paar Worte dazu. Nächstes Spiel ist dann wirklich gegen PSW Eendhofen. Da ist ja auch PP unter Vertrag ein Top-Team aus der Niederlande. Richtig viel Qualität. Da sind wir auch im Normalfall Außenseiter. PSW Eendhofen ist ein Team, das gerne mal in der Champions League und Euroleague vertreten ist. Nahezu immer. Da sind wir Außenseiter. Das ist so. Und mal schauen, wie wir da auftreten. Wie werden wir uns schlagen gegen eine Mannschaft, die wirklich ein Top-Team ist in ihrer Liga. und im Normalfall auch von der Qualität stärker sein sollte wie wir. Also die werden den Anspruch haben, uns auf jeden Fall zu besiegen. Das ist ja ähnlich wie Ajax Amsterdam. Aber man weiß, die Bundesliga ist nun mal von der Qualität ein Ticken stärker als die niederländische Liga. Und das ist noch milder ausgedrückt. Vielleicht ist hier was für uns drinnen und die Jungs glauben an sich, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Und natürlich können wir das auch. Und da müssen wir natürlich ganz genau dann hinschauen, wie wir das machen. Ich denke, wenn wir trotzdem wieder mit zwei Aufstellungen spielen, bei der Halbzeit und dass wir da nochmal Erkenntnisse ziehen, welche funktionieren besser gegen den so starken Gegner. Und dann gegen Ajax bin ich dann sehr gespannt, wie es dann da laufen wird. Aber ab jetzt sind die Testspiele dann deutlich härter vom Niveau und die müssen wir deutlich ernster nehmen. Und da werden wir schon mehr Erkenntnisse haben. Ich denke auch, dass es irgendwie erstmal beim 4-4-2 bleiben wird. Und wahrscheinlich werden wir auch mit diesem System in die neue Saison gehen. Und ich kann damit sehr gut leben, muss ich sagen. In diesem Sinne, Leute, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Gerne eure Erkenntnisse zu dem Spiel auch in die Kommentare. Und ansonsten danke für alles. Und wir hören uns schon bald. Euer Dennis und ciao, ciao.